Untertitelung des ZDF, 2020 Pandemie ist natürlich die Zeit, wo wir viel zu Hause sind. Also wir haben den Lockdown, das heißt ich arbeite sehr viel im Homeoffice. Die Kinder sind auch viel zu Hause und das ist natürlich eine gute Zeit, um so einen Hund einzugewöhnen. Manchmal macht der Hund dann auch das, was er machen soll. Manchmal auch nicht. Also eigentlich ist sie komplett. Alle Rassen drinnen. Und wir gehen davon aus, dass wir jetzt nach Beendigung des aktuellen Lockdowns dann leider wahnsinnig viele Tiere im Tierheim abgegeben bekommen. Nämlich wird dann, wenn die Menschen wieder in ihr normales Leben zurückkehren. werden, dann wird die Software sein. Wenn sie nochmal würde, diese Tränuung abfahren. Wollen sie wieder nicht abwecheln! Wegen. Die Linien. Wir haben jedes Mal über die Region. Wir gehen. Das war.